Wir sehen Gesundheit als das höchste persönliche Gut. Das motiviert uns in unserer täglichen Mission, Anwender und Wissenschaftler aus Medizin und Life Sciences mit fortschrittlichen und nachhaltigen Produkten und Lösungen zu versorgen. Modernste Technologie. Seit mehr als 50 Jahren treibt uns die Leidenschaft zu immer neuen Innovationen an, um ihren Erfolg zu sichern. Seit 1963 sind wir entscheidend an der Entwicklung von Verbrauchsmaterialien in der Diagnostik- und der Life Sciences-Industrie sowie im Medizinmarkt beteiligt. Wir sind stolz auf unsere reichhaltige Pioniergeschichte. Von der Herstellung der ersten Petrischalen aus Plastik bis hin zu Europas erstem Vakuum-Probeentnahmesystem aus Kunststoff oder der Erfindung der weltweit ersten Mikroplatten im 1536-WELL-Format. Auch zukünftig streben wir nach neuen und innovativen Produktlösungen, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind und Ihre tägliche Arbeit bestmöglich unterstützen. Our innovative spirit supports the results of your groundbreaking work yesterday, today and tomorrow. Ideen werden zu Lösungen.